Hallo alle, heute oder willkommen bei meiner dritten Präsentation. Heute habe ich drei Sprichwörter ausgesucht und sie sind, oder die sind, eine Hand wäscht die andere, Morgenstunde hat goldenen Mund und Kleider machen Leute. Also die Bedeutungen von jedem der drei Sprichwörter sind hier. Eine Hand wäscht die andere. Die wörtliche Bedeutung ist, eine von ihrer Hände benutzt Seife, um die andere zu waschen. Die übertragene Bedeutung ist, wenn du mich einen Gefallen bitten, dann werde ich einen auch für dich bitten. Ähm, okay. Und danach haben wir, Morgenstunde hat goldenen Mund. Die wörtliche Bedeutung ist, der Morgen hat goldenen Mund. Es ist selbsterklärend. Ähm, und die übertragene Bedeutung ist, wenn du früh aufwachst, äh, dann kannst du während den Tagen mehr folgenden oder erreichen. Äh, ja. Und zuletzt haben wir Kleiden machen Leute. Äh, die wörtliche Bedeutung ist, die Kleider, die wir tragen, montieren uns. Äh, und die übertragene Bedeutung ist, äh, ihre Kleider beeinflussen die Anmutung, äh, der Leute von dir. Äh, äh, äh. Äh, ich habe diese drei Sprichwörter ausgesucht, weil sie sehr ähnlich wie englische Redewendungen, äh, die ich oft benutze, sind. Ähm, ja, also danach werden wir den kontextuellen Hintergrund der Sprichwörter untersuchen. Ähm, also zuerst haben wir eine Hand, wäscht die andere. Äh, 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 uli.sunnel.info sagte, äh, quid pro quo ist ein Rechtgrundsatz, nachdem jemand, der etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung erhalten soll. Äh, äh, besser auf die aktuellen Ereignisse passt wohl eher das, äh, lateinisches Sprichwort, äh, manus manum lavat, äh, und das Sentenz, äh, nach dem römischen Philosophen Seneca ist. Äh, äh, oder kommt. Äh, ähm, das Sprichwort, äh, kennzeichnet den Graubereich zwischen gegenseitiger Hilfe und Korruption. Äh, äh, jetzt haben wir Morgenstunden hat Golden Mund in Übereinstimmung mit de.wikipedia.org. Äh, äh, in früherer Zeit wurde mit Morgenstunden hat Golden Mund, äh, das zuerst in einem Brief des Erasmus von Rotterdam an seinen Schüler Christian Nordhoff nachgewiesener lateinische Sprichwort Aurora Musis Amica oder, äh, die Morgenstunde ist die Freundin der Musen, äh, wiedergegeben. Äh, dass so viel heißt wie morgens studiert man am besten. Äh, äh, eine scherzhafte Abwandlung besagt Morgenstunden hat Blei im Hintern, äh, oder beziehungsweise im derben Sprachgebrauch auch Morgenstunden hat Blei im Arsch, ähm, das zur Bedeutung hat, dass man morgens nur schwer aus dem Bett findet. Und zuletzt haben wir Kleiden machen Leute. Äh, äh, in Beachtung von Redenstaatenindex.de. Diese Redewendung ist im Titel einer Erzählung von Gottfried Keller, in der ein armer Schneider aufgrund seiner vornehmen Kleidung für einen polnischen Grafen gehalten wird. Äh, das Sprichwort ist allerdings schon wesentlich älter und wird bereits in der Mitte des 16 Jahrhunderts in einer Erzählung verwendet. Okay. In welchen Situationen würdest du diese Sprichwörter benutzen? Also, eine Hand wäscht die andere. Du würdest dieses Sprichwort benutzen, wenn du einen Gefallen bitten willst oder wenn jemand bittet einen Gefallen von dir. Äh, Morgenstunden hat guten Mund. Du würdest dieses Sprichwort benutzen, wenn du viel zu tun hast und will, oder, und nicht den Tag zu verschwenden willst. Und zuletzt, äh, Kleidemachen Leute, äh, du würdest dieses Sprichwort benutzen, wenn du eine gute Anmutung machen willst. Ja, also, das ist meine dritte Präsentation. Vielen Dank für ihre Zeit.